Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Runde. Maxim zeigt euch, was sich in der Drogerie wirklich lohnt. Und ich habe hier zwei, vier, sechs, acht, zehn Produkte aus dem Rossmann. Acht davon von Isana. Das Video heißt ja auch Isana Favoriten. Zwei Produkte musste ich aber trotzdem mit reinnehmen, weil sie einfach aktuell super, super trendy sind. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr habt darauf Lust. Ich fühle mich wie, wie heißt sie? Hayley Bieber. Kleiner Strawberry Make-up Moment. Mit den Produkten, die ich jetzt hier auch euch zeigen möchte, ein paar Isana Favoriten. Ich werde immer wieder gefragt, hey, kannst du mir etwas für dies, für das, für jenes empfehlen? Und meistens ist ja hier bei mir auf dem Kanal eher Make-up. Meine Pflegeroutine besteht ja nicht nur aus Make-up, sondern auch aus vielen, vielen anderen Dingen, die ich sehr, sehr gerne benutze. Und die wollte ich euch heute zeigen. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr seid gut in die neue Woche gestartet. Ich will auch gar nicht so viel quatschen und direkt mit dem ersten Produkt anfangen. Bevor wir das aber tun, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt und den Kanal abonniert mit Glocke, damit ihr kein weiteres Video mehr verpasst. Im Moment habe ich das Gefühl, dass YouTube... Müssen wir kurz drüber reden. YouTube macht es uns im Moment echt ein bisschen schwierig. Euch betrifft es erst ab November. Ich bin gespannt, wie sich das dann auf unsere Kanäle auswirkt, damit ihr uns weiterhin unterstützt. Das gilt natürlich nicht nur für mich, sondern für alle meine Kolleginnen und Kollegen auch. Abonniert gerne die Kanäle mit Glocke. Wir starten so ein bisschen mit, ich glaube, dem unspannendsten Thema und zwar Haare. Meine Haare, ich will nicht sagen, sind mir heilig, aber ich weiß sie noch zu schätzen, solange ich sie habe, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und ich habe meine Haarroutine, glaube ich, mittlerweile perfektioniert. Man sieht sie jetzt nicht. Ich habe sie mir nämlich seit drei Tagen nicht mehr gewaschen und wenn ich so viel Gel und Haarspray drin habe, dann sehe ich aus wie der Strubbelpeter. Ich habe aber zwei Produkte, die ich immer benutze, jeden Tag, wenn ich mir die Haare mache, beziehungsweise es sind natürlich mehr, aber das sind Produkte, die ich euch empfehlen kann. Und zwar, wenn ihr, ich habe recht dünnes Haar und wenn ihr recht flaches Haar, recht so ein bisschen, ja so plattes Haar habt, gibt es dieses Volumenpuder. Ich erinnere mich, als ich noch sehr, 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 sehr jung war, wir hatten Friseur bei uns in dem kleinen Vorort und die hatten von Oasis, glaube ich, das ist so eine Salon-Haarmarke, so ein Volumenpuder. Und das hatte sie mir gegeben, einfach wenn man dann so einen matten Volumeneffekt haben kann. Ja, das war sehr, 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 sehr teuer. Ich glaube, es hat 23 Euro gekostet oder so. Das gibt es mittlerweile natürlich auch von Isana. Die Verpackung sieht immer ein bisschen anders aus. Letztes Mal war es Wild Leo, davor war es irgendein Lama und nächste Woche ist es wahrscheinlich wieder ein Kamel. Es hat immer ein anderes Design, es ist aber immer dasselbe Produkt. Und zwar ist es das Volumenpuder mit aufregend floralem Duft. So aufregend finde ich ihn nicht. Das ist im Prinzip, ist das eigentlich wie so ein Puder, was du dir auf deinen Haaransatz machst und dann knetest du das so ein und dann hast du wirklich Volumen. Das fühlt sich ein bisschen trocken an. Das ist wie wenn ihr, das ist jetzt kein Verkaufsargument, wenn ihr ein schlechtes Trockenshampoo benutzt, dann habt ihr ja auch so ein bisschen, es fühlt sich ein bisschen stumpf an und dadurch hast du wie tupiert. Und dadurch hast du natürlich mehr Volumen. Ich gebe mir das nicht direkt auf die Kopfhaut, sondern so vielleicht ein Zentimeter von der Kopfhaut weg. Ich mache mir dann meistens so einen Mittelscheitel, mache es links und rechts rauf und dann knete ich das so ein bisschen ein, dass es eher am Ansatz ist, aber nicht zu weit in den Längen. Und dann hast du dieses Volumen und das geht nicht weg. Also das geht, das ist so lange da, dieses Produkt, bis du es dir auswäscht. Das heißt also, wenn ihr wisst, okay, vielleicht, ich weiß, viele mit längeren Haaren haben ein Haarwaschtag und wenn die Haare dann vielleicht so ein bisschen fettiger werden, dann nimmt man meistens Trockenshampoo, könnt ihr natürlich auch machen. Das ist ähnlich wie ein Trockenshampoo-Puder. Gibt einfach super, super krasses Volumen mit rein. Ich habe aber noch ein anderes Produkt und da war ich am Anfang sehr, 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 sehr skeptisch, weil ich finde Salz in den Haaren, auf der einen Seite ist es so ein bisschen sentimental, ne. Auf der anderen Seite habe ich da immer Angst gehabt, dass es die Haare austrocknet. Hat es nicht getan. Das ist das Softwave-Salzspray mit Pflegevitamin, Definition ohne zu verkleben. Das ist ein krasses Produkt. Wichtig, nicht direkt auf die Kopfhaut und auch nicht direkt in die Spitzen, weil die Spitzen natürlich auch deutlich, deutlich trockener sind. Der Duft, es riecht, es riecht sehr zitrisch, so ein bisschen nach Bionade Zitrone. Sehr, sehr. Das ist schon ein bisschen säuerlich, aber irgendwie auch lecker. Ja, und das gibt nochmal, ihr kennt das, ne, wenn ihr im Urlaub wart, aus dem Meer kommt, die Haare fühlen sich so ein bisschen salzig an. Es ist so ein bisschen frizzy, so ein bisschen, ich kann das Gefühl nicht beschreiben, weil ich nicht so lange Haare habe und auch schon sehr, sehr lange nicht mehr im salzigen Meerwasser war mit meinen Haaren. Aber es ist so ein, es hat so einen ganz bestimmten Grip, die Haare und das kriegt man damit sehr, sehr gut hin. Ich mache meine, ich wasche mir meine Haare, dann sind sie so handtuchtrocken, dann kommt das Salzspray rauf, dann habe ich einen Hitzeschutz von Gatubi und dann nehme ich mein Dyson. Und dann mache ich mir diese Wellen mit rein und habe wirklich wie diese Beachwaves. Ich finde auch, dass diese beiden Produkte das sehr, sehr gut mattieren. Also manchmal will man ja auch so diesen Surfer-Look haben, wenn es so ein bisschen matt ist, nicht so glänzend, sondern eher so ein bisschen matt. Auch für die Jungs, vor allen Dingen das Puder hier, definitiv eine große Empfehlung. Das so ein bisschen zu den Haaren. Wir bleiben bei dem Thema Haare. Und zwar zu der Augenbrauenfarbe. Beziehungsweise ist das Augenbrauen- und Wimpernfarbe. Kommt in dieser Verpackung, ich glaube die Verpackung hat sich die letzten 27 Jahre irgendwie nicht so wirklich geändert. Aber hier sind ein paar Artikel mit drin. Ihr habt einmal diese Flasche aus Lösung, diese Lösung. Dann gibt es das Farbgel, dann ist da so ein Spoolie mit dabei, so ein kleines Bürstchen und so kleine Patches, die man sich unter die Augen kleben kann, beziehungsweise unter die Augen halten kann. Und dann die Wimpern färben kann. Ich mache es selten bei den Wimpern, weil ich finde, dass es ein bisschen in den Augen brennt. Ich mache es meistens nur so ein bisschen an den Spitzen, weil die Spitzen der Wimpern meistens ja ein bisschen heller sind. Und das macht ein phänomenal krasses Ergebnis. Gerade wenn ihr wirklich sehr, sehr helle Wimpern oder Augenbrauen habt und die euch so ein bisschen definieren wollt, ist das gut. Ich habe das in der Farbe Schwarz. In Braun funktioniert es für mich, für die Augenbrauen ein bisschen besser. Das benutze ich meistens für die Wimpernspitzen. Hier steht drauf, es hält bis zu sechs Wochen. Ja, meine Wimpern halten, glaube ich, nicht so wirklich sechs Wochen, aber es hält mindestens drei Wochen, dass du den Effekt siehst. Und das auch sehr, 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 sehr gut. Man muss so ein bisschen aufpassen, dass man sich die Haut damit nicht einfärbt, weil es färbt. Also das ist wie eine Koloration für die Haare, aber sehr, 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 sehr spannend. Und für die Wimpern funktioniert das sehr, sehr gut. Für die Augenbrauen noch besser. Da würde ich fast aber eher das Braune nehmen, je nachdem, welche Haarfarbe ihr natürlich habt. Ich bin mittlerweile an dem Punkt angelangt. Ich weiß, man mag es mir kaum anwählen. Ich kriege graue Haare im Bart. Also am Kopf habe ich recht früh graue Haare bekommen. Ich glaube, das erste habe ich mit 16 entdeckt. Und jetzt ist es nicht nur an der Seite mehr, sondern es wandert jetzt auch hoch. Freue ich mich mega drauf. Im Bart, da bin ich noch so ein bisschen... Könnten wir vielleicht noch ein paar Jahre warten. Geht halt jetzt los und da färbe ich mir dann manchmal so eine kleine Stelle damit ein. Funktioniert gut und ist halt wirklich, wirklich günstig im Vergleich zu Cyos. Cyos hat mehr Farbauswahl. Auch sehr, sehr gut. Cyos funktioniert ein bisschen besser an den Wimpern, wie ich finde, weil es nicht so stark brennt. Das ist aber zum Ausprobieren großartig. Wir rutschen einmal rüber zum Gesicht. Und da habe ich euch hier eine kleine Einwendung gemacht. Und zwar hat Isana recht neu. Das Well-Aged-Tagesfluid rausgebracht wird. Ectoin und Aminosäuren. Ectoin ist ein Hautschutzmolekül, was dafür sorgt, dass die Hautfeuchtigkeit in den Zellen erhöht wird. Und dadurch wirkt es faltenreduzierend. Also Ectoin polstert die Zellen so ein bisschen auf und dadurch wirkt die Haut ein bisschen praller. Was ich hieran sehr, 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 sehr schön finde. Es ist so ein bisschen fluidartig. Und es hat einen Lichtschutzfaktor mit drin. Der ist jetzt 30. Bin ich ein bisschen kritisch, weil ich nicht so viel davon verwenden kann, um 30er Lichtschutzfaktor zu erreichen. Weil es schon sehr, sehr ölig auf der Haut ist. Es zieht gut ein. Es hinterlässt aber gleich diesen Schein. Und ist dadurch für mich eher ein Produkt, was ich gerne benutze, wenn ich nicht zu viel Make-up haben möchte. Wenn ich ein frisches Make-up haben möchte, vielleicht mit einer, also ne, ich weiß, ihr habt das Video noch nicht gesehen. Ich muss es euch spoilern. Dieses Produkt hier ist ein absoluter Game-Changer für mich. Das ist eine Foundation Dew Shield von Misauda. Absolutes, hat alles verändert. Ihr seht das Video bald. Und das in Kombination damit ist halt einfach frisch. Es sieht aus, als wärst du frisch eingecremt. Und es fühlt sich gut an. Es ist parfumfrei. Es hat einen kleinen Lichtschutzfaktor mit drin. Ich glaube, wenn ihr eine sehr, 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 sehr trockene Haut habt, die vielleicht aber auch zu Unreinheiten neigen kann, weil Ectoin ja auch so ein bisschen entzündungshemmend ist, könnte das ein gutes Produkt sein. Vielleicht auch nur punktuell, wenn ihr wirklich eine ölige Haut habt, aber ein paar trockene Stellen. Beispielsweise, ich habe es hier halt immer so im Bad. Nehme ich das einfach, gebe es da hin und dann habe ich eine gute, durchfeuchtete Haut. Großartige Reihe. Generell, Isana hat da wirklich was ganz, ganz Großartiges rausgebracht. Diese Wirkstoffreihe mit den vielen verschiedenen Produkten. Großartige Empfehlungen, wenn man sich noch nicht so gut mit Hautpflege auskennt. Einfach erstmal schauen möchte, was kann meine Haut? Was verträgt meine Haut? Und in welche Richtung möchte ich? Aber das hier hat sich für mich wirklich als, ja schon fast Favorit, ne? Ich habe ja noch ein anderes, als Favorit der Reihe herauskristallisiert. Wir bleiben so ein bisschen bei Pflege. Ich gehe jetzt einmal schnell zum Sonnenschutz über. Und zwar ist das das Glow Sun Fluid. War ich am Anfang super, super, super skeptisch. Hat auch nur einen Lichtschutzfaktor von 30. Hat aber auch diesen Glow-Effekt. Der ist deutlich, deutlich stärker als der von diesem Ectuin-Fluid natürlich. Das ist glowy. Also das ist nicht ein bisschen Glow, sondern das ist schon fast ölig auf der Haut vom Finish her. Fühlt sich aber mit Make-Up sehr, sehr gut an. Das ist so ein bisschen schwierig bei mir, weil ich natürlich sehr, sehr viel Make-Up trage meistens. Auch im Hochsommer trage ich viel Make-Up und nicht jedes Make-Up funktioniert mit jedem Sonnenschutz. Das hat sich aber wirklich als Produkt herauskristallisiert, was gut funktioniert. Es hat aber nicht so gut mit anderen Cremes funktioniert. Also da würde ich, wenn ich das benutze, würde ich eher weniger andere Produkte drunter benutzen. Hat ansonsten aber ein schönes Feeling gemacht. Oder wenn ihr sagt, ihr habt vielleicht ein Oberteil an, was ein bisschen tiefer ausgeschnitten ist und eure Haut sieht hier ein bisschen trockener aus. Könnte das was Gutes sein. Hier ist Vitamin C und Vitamin E mit drin. Brennt nicht in den Augen. Ich habe keinen Ausschlag davon bekommen. Und es hat gut unter Make-Up, nicht allem, aber vielen Make-Up funktioniert. Wichtig, das ist glowy. Also das ist nicht, das ist richtig, 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 richtig glowy. Es gibt auch noch das hier, das Met mit 50. Das ist matt. Also das trockne gut matt runter. Das ist einfach Speck, aber ich lieb's. Ich lieb's, ich lieb's, ich lieb's. Ich mische mir das auch gerne mit einer Foundation, wenn es ein bisschen leichter sein soll. Und dann habt ihr ein schönes Ergebnis. Ich habe was für die Pflege und da gehen wir einmal kurz hier hin. Isana hat ja diese Wirkstoffreihe rausgebracht. Unter anderem auch den AHA-PHA-Gleanser. Ich hatte den getestet von No Cosmetics und habe mich in den verliebt. Und großartiges Produkt. Ein ganz, ein... Die Kamera schluckt natürlich super viel. Und mein Licht schluckt auch immer viel. Und für euch hat sich meine Haut wahrscheinlich nicht wirklich verändert. Aber für mich schon ganz massiv sogar. So, dass ich im Moment sage, dass ich im Moment weniger Foundation benutze im Alltag. Oder teilweise manchmal sogar gar nicht. Und das liegt natürlich immer an der Hautpflege. Und dieses AHA-PHA-Cleansing von No Cosmetics, beziehungsweise auch das hier von Isana, sind großartig. Wenn ihr zu einer fahlen Haut neigt. Wenn ihr so trockene Stellen habt. Auch sehr, 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 sehr gut bei Rasurbrand auf den Beinen. Mache ich oft, wenn ich mich unter den Armen beispielsweise rasiere. Mache ich erst das und dann rasiere ich mich. Und das nimmt dann auch nochmal so ein bisschen die toten Hautschüppchen mit weg. Großartiges Produkt, ohne dass es reizt. Das habe ich oft bei AHA, dass es meine Haut sehr stark reizt. Hier nicht. Es ist sehr, sehr mild für AHA formuliert, wie ich finde. Aber trotzdem effektiv. Ich nutze es eigentlich sogar jeden Tag. Beziehungsweise jeden zweiten Tag. Ich wechsle immer so ein bisschen. Manchmal gehe ich oben duschen. Manchmal gehe ich hier unten duschen. Da habe ich natürlich andere Produkte. Aber das ist ein großartiges Produkt. Wenn ihr wirklich, wirklich was sehen wollt bei trockener Haut, bei so fahler Haut. Ein Thema, was vielleicht nicht ganz so beliebt ist. Füße. Ich hasse Füße. Ich finde Füße furchtbar. Füße, ich hätte... Ne? Für mich ist es am weitesten von meinem Gehirn weg. Deswegen ist es vielleicht auch nicht so interessant für mich. Aber auch ich bin ein Mensch. Und auch ich habe manchmal trockene Füße. Ich weiß nicht, warum ich mich bei Füßen so schäme. Fußwohl. Fußwohl Eigenmarke von Rossmann. Zähle ich jetzt mit zu Isana. Das Pflegebalsam. Avocado und Mandelöl für trockene und strapazierte Haut. Nicht nur für die Füße, sondern auch... Und dafür habe ich es tatsache meistens benutzt. Für die Hände. Ich bin so eine kleine Polkmaus. Ich knibbele hier immer so ein bisschen. Ich habe immer sehr, sehr trockene Finger. Und dann nehme ich mir ein bisschen was und gebe mir das auf die Haut. Und das zieht sehr, sehr gut ein. Ohne, dass du danach drei Stunden nicht laufen kannst. An Füßen zumindest. Weil du Angst hast, dass du auf die Nase fällst. Es wird matt. Es ist ein bisschen doof, das Gefühl. Das Gefühl wird aber ein bisschen matter. Also so, dass du nicht ausrutscht. Und sehr, 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 sehr gut. Gerade wenn ihr hinten am Knüchel, ist es meistens ein bisschen trockener. Ja, gerade im Sommer. Man läuft öfter barfuß rum. Die Füße sind beansprucht. Hat mir das sehr, sehr gut gefallen. Und auch vor allen Dingen an den Händen. Ich bin Fan... Ich liebe Handcreme. Ihr kennt ja meine Macke. Ich kann nicht... Ich kann mir die Hände nicht waschen, wenn ich nicht weiß, dass ich keine Handcreme habe. Oder irgendetwas Cremiges, um meine Hände einzucremen. Es gibt für mich wenig schlimmere körperliche Gefühle als frisch gewaschene Hände, die nicht eingecremt sind. Dieses trockene Gefühl an den Händen unterwegs. Vor allen Dingen hier habe ich etwas, was das Problem gelöst hat. Das dauert aber noch ein bisschen, bis ich euch das zeigen kann. Mein Anspruch ist es, wenn ich Produkte entwickle, wenn ich Produkte rausbringe, dass ich meine eigenen Probleme löse. Und das habe ich damit geschafft. Aber wenn ich unterwegs bin und, weiß nicht, im Flugzeug, im Zug, im Restaurant, man wäscht sich ja überall mal die Hände, kann ich dieses Gefühl nicht ab. Und dafür ist das sehr, sehr gut, weil das ist sofort weg. Da sind 75 Milliliter drin. Ist auch vegan. Das hält ewig. Also du brauchst nicht viel. Ich würde schon fast als eine gute Alternative zu diesem Okifis, heißt das, glaube ich. Großartige Creme. Ich sehe es aber nicht, einen 14, 15, 17, 19 Euro für eine Fußcreme auszugeben. Es tut mir leid. Meine Füße tragen nur mich und nicht Beyoncé. Welche Beyoncé? Würden meine Füße Beyoncé tragen? Ich würde die Füße nur mit Lamelle eincremen. Tun sie nicht. Sie tragen mich. Ich bin es mir auch wert, aber nicht 17 Euro für eine Fußcreme. Dafür ist das völlig in Ordnung. Auch im Winter sehr, sehr gut. Kennt ihr diese Mikrofasersocken? Ganz, 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 ganz dick. Mikrofasersocken eincremen. Ins Bett gehen am nächsten Tag, habt ihr Füße. Wie ein Baby. Und in Sachen Make-up habe ich natürlich auch noch was für euch mitgebracht. Und das ist das, was ich auf den Lippen trage. Ihr habt es mit Sicherheit mitbekommen. Hailey Bieber kommt jede Woche mit etwas Neuem raus, was dann total viral geht. Manchmal zu Recht. Manchmal vielleicht nicht ganz so zu Recht. Aber der Strawberry Trend, den hätte ich mir zwar eher im Frühling gewünscht. Wahrscheinlich hat sie es nicht geschafft, rechtzeitig ihr eigenes Produkt rauszubringen. Aber der Strawberry Trend ist gerade völlig viral. Und man kann ihn gut abwandeln. Wir können daraus den Pumpkin, den Pistachio, den Coffee, den Latte, den Biertrend. Und was auch immer du möchtest machen. Aber ich benutze immer als Lip Liner, trage ich heute auch, den Long Lasting Eyeliner von Rival Loves Me in Brown 02. Ist ein Eyeliner. Ich finde den als Eyeliner, finde ich den ehrlich gesagt nicht gut. Ich würde den eher als Augenbrauenstift benutzen, weil er auch von der Farbe her sehr, sehr gut funktioniert. Eine wunderschöne Farbe. Er ist ein bisschen schwerfällig. Also du musst ein bisschen Druck ausüben, um das Produkt rauszuholen. Dadurch finde ich es aber gerade ganz gut. Weil du halt, also bei so super cremigen Lip Linern ist oft das Problem, dass die so wegrutschen und die Kontur nicht so scharf ist. Dadurch, dass die Farbe so schwerfällig rauskommt, kannst du die Kontur so super, super präzise nachziehen. Und die Farbe ist halt einfach ein Traum. Ich liebe auch den neuen von Catrice in der Farbe Manhattan. Hab ich jetzt hier, ich weiß nicht wo er ist. Ich mag dieses Plumping Ding einfach nicht. Ich mag das nicht gerade. Also auf dem Lip Gloss okay. Auf dem Lip Liner, das fühlt sich einfach falsch an. Ist das eine sehr, sehr gute Alternative. Man kann ihn als Augenbrauenstift benutzen. Du kannst ihn mit Sicherheit auch als Eyeliner oder als Freckelstift benutzen. Mach ich nicht. Und dann in Kombination hiermit ist ein absolut krasses Dupe vom Look her. Wie das neue Road Beauty von Hailey, wie bei ihrer Beauty Brand, dem Strawberry Lip Peptide Lip Glaze oder so. Das ist ein Lip Gloss hier. Fruchtiger Lip Gloss für verführerisch glänzende Lippen. Vegan 8,5 Milliliter Juicy Smoothie. Gibt es in Grapefruit, gibt es glaube ich in Apfel und halt auch in Erdbeere. Und der hat gut Farbe. Der hat ein richtig, richtig schönes zartes Rot. Ich swatch ihn euch mal hier kurz auf die Hand. Gibt schon ein bisschen Farbe ab. Gerade auf den Lippen. Ein sehr, 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 sehr schönes Gefühl. Und der hält ganz gut. Ich hatte neulich, glaube ich, einen Kommentar bekommen. Was kann man machen? Dass der Lip Gloss länger hält. Gar nichts. Da kann man wirklich nichts machen, dass der Lip Gloss länger hält. Weil Lip Gloss ist nicht dafür gemacht, dass er lange hält. Sondern, dass er halt gerade am Mund, ne. Du isst, du bewegst deinen Mund, du machst mal so. Du hast schon die Hälfte wieder aufgegessen. Sehr, 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 sehr gut. Der Geschmack ist mild. Also er riecht stärker, als er schmeckt. Also eine große Empfehlung. Falls ihr euch für das Road Beauty Strawberry Trend Ding von Hailey Bieber interessiert. Könnte das vielleicht eine Alternative sein. Road schippt immer noch nicht nach Deutschland. Ich glaube nur UK und US. Es ist ein bisschen ärgerlich, weil ich die Sachen wirklich gerne ausprobieren wollen würde. Aber bis dahin nehmen wir einfach das. Kostet nämlich nur einen Bruchteil davon. Ihr kleinen süßen Zuckererdbeeren. Das war mir ein großes, großes Fest. Ich bin gespannt, welche Isana-Favoriten ihr vielleicht noch habt. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich würde mich riesig freuen, von euch zu lesen. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Abend. Einen wunderschönen Tag. Ganz egal, wann ihr dieses Video schaut. Fühlt euch gedrückt. Fühlt euch geküsst. Bis zum nächsten Mal.